Okay, wer von euch hat schon mal von Big Data gehört? Einmal kurz in die Kommentare schreiben, Hände hoch machen könnte ja schlecht. Und jetzt noch die Fragestellung, wer weiß, was im Hintergrund wirklich damit passiert? Wer weiß, wie die Prozesse danach aussehen? Ich glaube, das sind deutlich weniger. Das liegt einfach daran, dass Big Data mittlerweile so ein unglaubliches Buzzword ist und sich gerade in das nächste Buzzword Smart Data verwandelt. Aber das schauen wir uns wann anders an. Heute gucken wir uns den armen oder glücklichen Menschen an, der im Hintergrund genau den Job macht. Der arbeitet dann mit Big Data. Und ja, wir reden natürlich vom Data Scientist, dessen Berufsprofil wollen wir uns heute anschauen. Kurz vorweg, es gibt natürlich noch weitere Berufsprofile, also sowas wie den Data Analyst. Das steht dem Data Scientist gegenüber. Es gibt sogar noch teilweise Leute, die schreiben einen KI-Entwickler aus. Oder, oder, oder. Und deswegen, Achtung, hier könnte sich je nach Jobbeschreibung das Ganze ein bisschen anders anhören. Nicht jeder Job, der eigentlich Data Science ist, steht auch Data Science drauf. Und teilweise steht Data Science drauf, obwohl es kein Data Science ist. Es liegt meistens daran, dass die Leute, die die Jobs ausschreiben, nicht immer die Ahnung haben vom Fach. Ich habe auch schon tatsächlich die verrücktesten Sachen gehört. Zum Beispiel Erfahrung mit einem gewissen Framework. Und das Framework muss man natürlich schon zehn Jahre programmiert haben. Aber das Framework selbst ist erst seit fünf Jahren draußen. All sowas kommt bei Jobbewerbungen vor. Aber gut, das soll mal beiseite sein. Hier, wir wollen uns auf die Sachen konzentrieren, die eigentlich da sein sollten. Den Data Scientist. Der Data Scientist ist erstmal die Person, die sich eine wissenschaftliche Fragestellung zu den Daten formuliert. Und das bedeutet, ein Scientist, Wissenschaftler, der auf Daten arbeitet. Also, sagen wir mal, ihr habt eine Forschungsfrage. Sowas wie zum Beispiel, kann ich anhand von Röntgenbildern Lungenkrebs erkennen? Haben wir sogar bei mir auf dem Kanal mal in einem Livestream gemacht. Und die Antwort war ja, aber diese Forschungsfrage heißt noch lange nicht, dass ihr das einfach so implementieren könnt. Da ist ein weiter, weiter Weg dazwischen. Und dieser Weg fängt an bei eben dieser Forschungsfrage. Ihr versucht euch im Normalfall für das Unternehmen irgendwas Sinnvolles auszudenken. Also, kann ich basierend auf dem Kundennutzenverhalten die Oberfläche optimieren? Also zum Beispiel, kann ich vielleicht den Button, den er sucht, besser machen? Oder sowas eben in diese Richtung. Wie stelle ich vielleicht das am besten dar? Oder auch persönliches Marketing, also quasi personalisierte Werbung, ist auch eigentlich eine dieser Forschungsfragen mal gewesen. Das heißt, es kommt immer auf die Forschungsfrage an, ob ihr das gut finden könnt oder nicht. Aber grundsätzlich ist die Idee, man hat eine Frage und versucht von dieser Frage dann sich daran lang zu enthangeln, bis man am Ende das fertige Produkt hat. Sprich, man hat diese Forschungsfrage, man braucht Daten dazu. Denn Data Science basiert auf Daten. Also, schaut man, wo kriege ich eigentlich diese ganzen Daten her? Wo kann ich in den Unternehmensprozess irgendwie eingreifen, dass ich diese Daten sammeln kann? Das bedeutet, der Data Scientist sagt dann auch wirklich den Entwicklern, ey yo, ich brauche das von euch und bitte programmiert das ins System. Oder er macht das selber. So, das heißt, er kommt irgendwie an diese Daten. Jetzt sind diese Daten natürlich in einer gewissen Rohform. Man kann die nicht so gut verarbeiten. Also geht der Data Scientist her und verarbeitet diese Daten. Er nimmt sie sich, er analysiert zum Beispiel die Bilder, er verarbeitet die Bilder, er cruncht sie irgendwie, macht irgendwelche SQL-Abfragen. All solches Zeugs wird euch als Data Scientist blühen. Und am Ende habt ihr einen schönen, bereinigten Datensatz. Das sind die Dinger, die immer alle haben wollen, die kaum jemand hat. Das sind die Dinger, die auch wirklich, wirklich teuer sind. Das heißt, diese Roadmap bis zu diesem Punkt ist schon mal sehr, sehr schwierig. Und danach fängt das eigentliche Arbeiten mit den Daten erst an. Das heißt, ihr seid bis dahin erstmal beschäftigt mit Daten bekommen und Daten zu bereinigen. Und danach sagt ihr, okay, was könnte ich jetzt auf diesen Daten damit machen? Sagen wir mal, wir haben zum Beispiel eben Röntgenbilder von eurer Lunge. Dann kann man jetzt als Data Scientist hergehen und sich eine KI schreiben, experimentell erstmal und gucken, ob da überhaupt was bei rauskommt. In vielen Fällen klappt das leider gar nicht. Manchmal klappt es wunderbar, manchmal halt nicht so sehr. Und das bedeutet, ihr probiert das aus, ob ihr quasi auf diesen Bildern, auf diesen vielen, vielen Bildern zum Beispiel rauslesen könnt, ob diese Person eben Lungenkrebs hat. Dazu werdet ihr euch natürlich in das Thema einlesen müssen. Ihr müsst eine gewisse Ahnung haben von dem Ganzen. Und ihr müsst dann analysieren, okay, was sind genau die wichtigen Punkte? Wie kann ich das eigentlich machen? Muss ich vielleicht die Bilder alle in eine gewisse Form bringen? Müssen sie alle gleich groß sein? Dann müssen sie alle richtig orientiert sein, weil die Röntgenbilder können ja immer verschoben sein zum Beispiel und gedreht sein. Muss ich die erstmal wieder reparieren sozusagen? Das heißt, ihr müsst teilweise wirklich euren Datensatz nochmal anfassen und dann teilweise da halt dran rumschrauben. Und wenn ihr das dann gemacht habt und ein gutes Ergebnis habt, dann kann das ganze Ding in die Produktion einfließen. Das heißt, es wird eine richtige KI in das Unternehmen eingebaut. Das heißt, alle Röntgenbilder, die jetzt zum Beispiel neu dazukommen, können zum Beispiel als Service dazu gebucht werden, dass eine KI direkt drüber guckt, ob da vielleicht irgendwelche Lungenentzündungen oder sowas erkannt werden. Und somit hat man einen neuen Use Case für das Unternehmen. Das heißt, als Data Scientist entwickelt ihr für euer Unternehmen mit Daten, die euer Unternehmen besorgen kann, einen neuen Use Case. und formuliert das dann wirklich aus und geht da wirklich bis zum Ende durch. Die Leute müssen natürlich schon im Team arbeiten, aber sie sind erstmal weitestgehend häufiger mal isoliert und nicht direkt drin. Das sieht beim Data Analyst ein kleines bisschen anders aus, aber das gucken wir uns nächstes Mal an. Ja, und sollte man das jetzt machen wollen? Ist das cool oder ist das nicht so cool? Naja, ihr müsst natürlich erstmal wirklich solche Forschungsfragen haben wollen. Ihr wollt Forschung anstellen, ihr wollt Daten sammeln, ihr wollt aber auch diese Daten dann bereinigen. Ihr wollt aus bestehenden Daten auf die verschiedensten Arten neue Informationen rausbekommen. Ihr wollt Statistik darauf ausführen, ihr wollt SQL ausführen, ihr wollt Daten bereinigen und verbessern. Solche Sachen könnt ihr durchaus machen. Und in dem Fall seid ihr da genau richtig aufgehoben. Wenn ihr Machine Learning machen wollt, eben auch die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen basierend auf solchen Use Cases. Das ist genau der Punkt, den die Data Scientists machen. Und ja, wenn euch das Spaß macht, dann seid ihr da definitiv richtig aufgehoben. Ihr werdet, wie gesagt, aus der Roadmap sehr, sehr viel brauchen, weil ihr einen sehr, sehr großen Pfad abdeckt mit dem, was ihr da eigentlich tut. Aber das ist auch eigentlich was Schönes in dem Sinne. Okay, jetzt die Frage natürlich, was verdient man da? Ja, manche wollen einfach wissen, harte Zahlen auf dem Tisch, was kriege ich? Als Jobeinsteiger, also hier muss ich auch wieder Get-in-IT-Credits geben, die haben mich hier bei dem Video unterstützt und die haben natürlich da auch die Zahlen, Data Science übrigens, 45.000 Euro ungefähr im Jahr bekommt ihr, wenn ihr, also brutto natürlich im Jahr, wenn ihr als Data Scientist einsteigt. Das heißt, noch keine Berufserfahrung habt. Und das kann hochgehen bis zu 108.000 Euro im Jahr. Das ist schon ordentlich und spiegelt auch so ein bisschen die Komplexität wider. Tja, was auch vielleicht noch wichtig ist, was für einen Abschluss braucht ihr eigentlich? Eigentlich kann man Data Science mit einem Bachelor machen, mit einem Master machen, aber auch mit nicht nur Informatik-Bachelor-Master, sondern durchaus auch mit Mathe zum Beispiel. Und teilweise gibt es auch Quereinsteiger-Programme, die euch genau die Kompetenzen geben, die ihr dann am Ende braucht. Und dann könnt ihr das natürlich auch damit machen am Ende. Es kommt eigentlich auf eure Fähigkeiten drauf an und wie flexibel das Unternehmen eigentlich ist und wie cool die eigentlich auch drauf sind. Ob sie eher Fähigkeiten wertschätzen oder ob sie eher Abschlüsse wertschätzen. Das wird sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Aber grundsätzlich kann man die Skills einfach so erwerben. Und ja, wie gesagt, dazu einfach mal das letzte Video angucken. Und falls ihr sagt, ey, Mensch, das ist genau mein Ding, ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten, ich will wirklich was professionell damit tun, dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor. Denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts. Und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python. Und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen. Also welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen. Und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe. Und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber. Von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei. Euch kostet das überhaupt nichts. Das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen. Und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen RAV-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Jobanfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen promote ich auch Get in IT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.